Kleine Gläser mit Wasser haben wir auch da. Haben wir auch schon da. Ich spitze die Stifte. Vorbereitet für Gäste kommen. Ach so, das muss man auch freuen. Ja. Das ist ja klasse. Die Tischen brauchen wir noch. Welchen könntest du ein Cappuccino für dich aufbauen? Danke. So, dann kommt der Mozzarella oben drauf. Darf ich Sie kurz stellen? Hast du bei Ihnen alles? Also alles im grünen Bereich. Das freut uns. Danke. So, Mocha. So, let's go.